Ale, 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 Ale dich, Robert. Servus. Hallo. Servus. Servus. Wir haben ja letztes Mal besprochen, dass wir jetzt langsam mal zum Gewinnen anfangen müssen. Geplant war eigentlich, dass wir schon mal gegen Nürnberg gewinnen. Hat nicht so geklappt, aber wir haben aus meiner Sicht zum letztmöglichen Zeitpunkt zum Siegen angefangen. Stimmt ihr mir dazu? Tatsächlich, ja. Du warst zum Siegen verdammt, wenn wir vorgreifen wollen, um auf das, ja, den Pokal klammer ich jetzt aus, ich gehe jetzt auf die Liga ein, auf das Elfersberg-Spiel zu sprechen kommen. Du warst zum Siegen verdammt. Die Aufgabe hast du erfüllt. Die Art und Weise, ja, darüber lässt sich streiten, aber der Kampf hat gestimmt. Ich habe auch immer gesagt, der Jan hat gewonnen. Ja, wir haben drei Punkte, das Wie käme ich unter den Tisch. Das Wie ist jetzt mal egal, wir haben die drei Punkte, das war wichtig. Punkt aus, auch aufgrund der anderen Ergebnisse. Und wir sind aktuell immer noch in der Situation, dass wir auf die anderen Ergebnisse schauen müssen. Und deswegen aufgrund der anderen Ergebnisse waren die drei Punkte jetzt Gold wert und auch der, ja, wichtiger Sieg jetzt. Du warst in Nürnberg dabei. Warst du dann auch im Medienbus und im Pressebereich. Wie war da so die Stimmung? Vielleicht kannst du dir mal Einblicke geben. Tatsächlich sagen, Joe Enox, also er war ja damals gegen Nürnberg noch Trainer. Joe Enox war immer so auf Pressekonferenzen. Und ja, er ist zuversichtlich und das geht noch. Und er vertraut an die Mannschaft und alles. Und dann ist er da nach dem 3 zu 8 in diesem PK-Raum gegangen und du hast ihm angeschaut. Du hast ihm eigentlich in den letzten zehn Minuten am Spielfeld schon angemerkt, der hat innerlich gewusst, das war's. Also der ist da rein, der hat nicht mehr gewusst, was er sagen soll auf der Pressekonferenz. Das war krass. So habe ich ihn selten erlebt oder eigentlich noch nie. Und da war eigentlich für mich klar, der hat innerlich mit diesem Projekt abgeschlossen. Also, wenn wir jetzt mal, wir starten ja offensichtlich mit dem Nürnberg-Spiel. Ich habe dann auch noch eine kleine Geschichte dazu. Jetzt erstmal möchte ich zu Joe Enox was sagen. Menschlich hat er super gepasst. Da kann man nicht meckern. Ich glaube, offen gegenüber allen, auch gegenüber uns vom Medienteam war immer für ein Gespräch offen. Man muss, weil viele geschimpft haben, man muss ihm zugutehalten. Das ist meine Meinung. Der Kerl hat, mit vier Spielern, mit vier Spielern, die er zur Drittligasaison hatte, hat er angefangen und hat einen Kader geformt. Mit dem, was ihm auf Deutsch gesagt vorgeworfen wurde und beziehungsweise präsentiert wurde. Mit Sicherheit hatte er dann auch das Mitspracherecht und unsere Devise in der dritten Liga war, in der Liga ankommen. Mit dem Kader auch nichts anderes, was du eigentlich erwarten kannst, um ehrlich zu sein. Und auch wenn dann irgendwo der Knickpunkt in der Drittligasaison in der Rückrunde drin war, wir sind irgendwie aufgestiegen und so dass es die zweite Liga einfach nur ein Geschenk ist. Und da muss man auch mal Danke sagen und Chapeau, was Joe Enox da auch geleistet hat und vor allem in einer schwierigen Phase. Ich meine, Diawusi, der gestorben ist, das hat mit Sicherheit auch was mit der Mannschaft gemacht und die ganze Hinrunde hat ganz viel Energie gekostet. Trotzdem Chapeau und ich kann ihm tatsächlich wenig Vorwürfe machen, weil meiner Meinung nach hat er alles probiert. Er hat ja, du kannst ja nicht sagen, er hat es ja nicht probiert. Er hat andere Spielsysteme ausprobiert. Er hat die Spieler ausgetauscht. Er hat mit Doppelspitze gespielt. Er hat mit einer neuen Startformation gespielt. Er hat dann wirklich versucht, an diesem Negativ-Trend etwas zu ändern. Aber wenn du acht Gegentore bekommst, dann hast du halt einfach keine Argumentationsgrundlage mehr in so einem wichtigen Spiel wie gegen Nürnberg. Nichtsdestotrotz gehört es auch dazu, zu sagen, Danke, Joe. Das ist meine Meinung. Mit vier Spielern, die man hat, die geblieben sind nach dem Abstiegsjahr, eine Mannschaft zu formen, die aufsteigt, obwohl du in der dritten Liga einfach nur bestehen wolltest, muss man erst mal schaffen. Danke dafür. Und ja, die zweite Liga-Saison, wir haben jetzt in Anführungszeichen Luxusprobleme, mit denen wir davor nicht gerechnet hätten. In Anführungszeichen. Genau, also ich möchte nicht viel mehr dazu sagen. Ich danke Ihnen auch. Das Interview hat voll Spaß gemacht. Danach, wie du schon sagst, konnte man immer mit ihm reden. Aber das ist ja auch die Gefährlichkeit in so einem Umfeld, dass man, wenn man dann zu freundschaftlich agiert, dann handelt man halt dann nicht. Weil unterm Strich sind wir nach dem Nürnberg-Spiel nicht klüger gewesen als nach dem Düsseldorf-Spiel oder nach irgendeiner x-beliebigen Niederlage. Ich glaube, Bayer Lorz hat nach dem Nürnberg-Spiel keine andere Erkenntnis gehabt, außer wir haben hoch verloren. Aber sonst hat sich nichts geändert. Die Mannschaft hat nicht aufgebäumt. Wir hatten kein taktisches Konzept in dem Sinne. Das war sehr viel Zufall. Wenn wir 4-3 verloren hätten, hätten wir Joe Ennox wieder hier und hätten gegen Fürth und Elversburg verloren, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen verstehe ich langsam nicht mehr, warum braucht es diese riesen Niederlage, bevor irgendjemand in diesem Verein aufwacht und mal eine Entscheidung trifft. Das ist das, was mir nicht so eingegangen ist. Wir haben jetzt einfach wieder eine Länderspielpause verloren, weil wir irgendwie gehofft haben, dass sich noch irgendwas an den Fakten dreht. Im Sinne des Vereins, ja. Bevor wir auf das Nürnberg-Spiel zu sprechen kommen, wo ich definitiv auch die Spiele in Pflicht nehmen muss, weil so kann man sich nicht präsentieren. Vor allem, wenn so viele Auswärtsfans auch noch mitreisen an einem Freitagabend. Das war in meinen Augen schon, wow. Da habe ich mich dann schon ein bisschen veräppelt gefühlt. Das sind so die Sandhausen-Situationen, wo wir im Auswärtszug gefahren sind und die sich auch nicht den Arsch aufgelissen haben. Ja, da wo ich auch ein bisschen in der Hinsicht dann die Mannschaft appellieren musste, was geht nicht. Und da können wir ja mit Sicherheit später auch noch darauf zu sprechen zu kommen, dass auch die Fanszene dementsprechend reagiert hat und auch eine Ansage gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob das der Turnaround war. Das übrigens, wenn wir davon schon mal sprechen, weil die Fanszene eine Ansage gemacht hat und Auserwählte da das Gespräch gesucht haben. Weil so geht es natürlich nicht. Ich habe eine Geschichte dazu, zu dem Nürnberg-Spiel, bevor wir auf das Spiel zu sprechen kommen. Eigentlich war ich für das Spiel eingeteilt. Und ein Kumpel von mir hat relativ kurzfristig einen Termin beim Standesamt mit seiner Verlobten bekommen und haben gesagt, wir heiraten jetzt. Und es ist alles perfekt übergangen und ich war natürlich Trauzeuge. Dann musste ich schweren Herzens, ich hatte richtig Bock auf dieses Nürnberg-Spiel, ich hatte richtig Bock, das zu moderieren, musste ich schweren Herzens sagen, nee, ich bin Trauzeuge, ich komme meinen Pflichten nach. Und eine meiner Pflichten war, die Live-Spielstände während der Feier am Abend zu übermitteln. Und er hat gesagt, egal wie viel da steht, ich soll es übermitteln. Und es war ja bis zum 3-3 und auch nur beim 4-3, ich habe dann auch nachwirkend, habe ich dann auch mit vielen Fans gesprochen, die dann auch gesagt haben, bei 4-3, man hatte eigentlich noch das Gefühl, man könne zurückkommen. Wusste ich dann ab 6-3 nicht mehr, was ich zu ihm sagen soll. Weil es glaubt einfach keiner, was da passiert ist bei einer Profimannschaft und Robert, wir werden mit Sicherheit jetzt auf das Spiel eingehen. Ich habe mir dann die Highlights anschauen müssen und ich habe sie mir sehr intensiv angeschaut und da gibt es mit Sicherheit ein paar Punkte, die wir kritisieren können. Ich meine, es gab ja den Aftermatch-Talk, den ich nicht veröffentlicht habe, glaube ich, weil ich dann tatsächlich auch so demotiviert war, den Scheiß da noch zu schneiden und so. Tom und ich sind etwas eskaliert und hatten 15 Minuten Aftermatch-Talk. Ja, genau, aber den gibt es exklusiv im Discord, also wenn jemand nachhören möchte. Deswegen, ich weiß es nicht, ich habe es nur daheim angeschaut, weil ich war nämlich nicht heiß aufs Spiel, ich hätte auch einspringen können und dachte mir, nee, also ich war erst krank und fahre jetzt nicht nach Nürnberg. Also ich habe auch zum Hannes gesagt, wenn ich in Nürnberg bin und wir verlieren, dann kann ich in der Pressekonferenz für nichts garantieren. Deswegen war es, glaube ich, auch ganz gut, dass ich nicht da war. Da hätte es, glaube ich, auch nicht mehr eskalieren können, weil ich glaube, jedem war klar, dass er jetzt entlassen wird. Das hat ja Bayer Lorzer so in den Interviews auch gesagt. Was heißt nicht gesagt, aber da hat sich die Stimmung gewandelt und du konntest niemanden nach einem 8-3 und zu einem Lauf davor, glaube ich, die Drücken stärken. Worauf ich raus wollte, ich habe mich bei keinem Tor gefreut, weil ich wusste, wir fangen sowieso gleich wieder eins. Und ich hatte offensichtlich recht kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Und zwar bekommt ihr dort einen vergünstigten 1889 FM Tarif und zwei Sitzplatztickets, wenn ihr dort erwähnt, dass ihr über den Jahren Podcast kommt. Jetzt sind ja die kalten Wintermonate, da kann einen dort die Sauna aufwärmen und Vitamin D, habe ich gehört, ist auch nicht schlecht. Das kann man sich natürlich supplementieren. Oder man geht einfach mal 10 Minuten dort ins Solarium. Ist zwar so ein bisschen 90er-Style, da war das ja mehr in als heute, aber für die Laune hilft es wahrscheinlich schon. Und natürlich Sport treiben, wenn man schon im Fitness Club ist. Ihr könnt euch das Ganze einfach mal anschauen, einfach mal dem Rebest Fitness Club schreiben oder anrufen, ein Probetraining oder eine Beratung vereinbaren und dann mal schauen. Das geht einfach über WhatsApp, Kontaktformular oder Telefon. Alle Infos dazu in den Shownotes oder auf 1889fm.de. Und jetzt geht es weiter in der Folge. Jetzt haben wir so nach dem Spiel erstmal, muss ich sagen, eine Aussage von Achim Beierleutzer, nach einem 8 zu 3 in Nürnberg wissen wir alles umdrehen. Und mit Mannschaft und Trainerteam sprechen, ob das noch so funktioniert, bin ich aus dem Stadion raus und wusste, okay, spätestens am Sonntag kommt die Meldung, dass er weg ist. Weil bei dieser Aussage, man muss alles umdrehen und sich mit Mannschaft extra und mit Trainerteam unterhalten, ob das noch so funktioniert. Und dann eben wie das Spiel zustande ab der 60. Minute dann gelaufen ist, dass sich die Mannschaft eigentlich komplett in alle Einzelteile zerlegt hat und nicht mal ansatzweise irgendwas von Verteidigung mehr da war, habe ich gewusst, das war es, so kannst du nicht weitermachen. Würdest du so weit gehen und sagen, die Mannschaft hat gegen den Trainer gespielt? Das ist eine interessante Frage, weil ich traue es eigentlich, wir haben ja auch immer wieder mit den Spielern zu tun und eigentlich würde ich sagen, nein. Ich würde sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt, vor allem nach dem Freistoßtor, hat die Mannschaft für sich entschieden, scheiß auf alle taktischen Anweisungen, wir machen es jetzt nach unserer Art und dann ist es schiefgegangen. Es war halt dann in dem Fall auch auffällig, ich glaube beim 7 zu 3 dann, Joe sitzt auf der Auswechselbank, die Hände über dem Kopf und fünf Meter weiter steht dann Alex Bittroff, der sich die Seele aus dem Leib schreit, damit irgendwie noch ein bisschen ein taktisches Gefühl noch dabei ist. Und Joe sitzt da und weiß nicht mehr, was er sagen soll und auf einmal kommt dann Alex Bittroff und übernimmt da das Coaching da draußen. Ja, natürlich bist du ein wichtiger Spieler und erfahrender Spieler, aber so ein Ergebnis dann als Coach einzuspringen, auch das war dementsprechend gefährlich. Ein Fernsehbild war auch sehr bezeichnend, ich weiß nicht, ob es beim 6 oder 7 3 war, da versucht Joe Ennox noch mit seinem Patz, glaube ich, zu reden und der Patz hat einfach nur noch die Hände vom Kopf und hört ihm gar nicht mehr zu, was er da von ihm will. Also, ich weiß nicht, da ist, glaube ich, auch innerhalb des ganzen Teams ein bisschen was gebrochen. Da resignierst du, da resignierst du. Aber ich stimme da auch zu, sorry, ich, oder was heißt zustimmend, ich sage auch, ich habe dann auch viel mit dem Eichinger, Max und dem Tom Margret und ich habe gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Ich habe irgendwie einfach das Gefühl gehabt, da geht nicht mehr. Ob das die taktischen Anweisungen sind, warum es nicht mehr geht oder ob die Mannschaft die Einstellung hatte, es geht nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass man nicht gegen den Trainer spielt. Ich meine, das merkst du ja am Feld, aber ich habe, ja, wie gesagt. Aber da muss ich ein bisschen widersprechen, weil zumindest kämpferisch geht es, das haben wir gegen Fürth und gegen Alversberg gesehen. Und das ist ja eigentlich die DNA, die wir fordern. Ich glaube, das Nürnberg-Spiel, du kannst jetzt nicht 11 Tore da jetzt einfach mal durchgehen mit der Minute das, der Minute das. Das Nürnberg-Spiel war einfach Chaos, aber Nürnberg war eigentlich immer in so schwierigen Phasen, auch in Zweitligasessons, war Nürnberg so ein Turnaround, wo wir dann nochmal das 1-1 in der 94. gemacht haben. Du überzeichnest da den Meier sein Tor, weil normalerweise holen wir in Nürnberg nichts. Aber dieses Meier-Spiel war halt ein geiler Turnaround. Ja, dieses Meier-Spiel, da hast du recht. Ich tue mich da schwer, das Nürnberg-Spiel mannschaftlich von der Geschlossenheit einzuschätzen. Ich sage mal so, wir haben gegen schlechte Nürnberger eigentlich gespielt und acht Buden gefangen. Wir haben diesmal gegen Fürthes irgendwas passiert. Also bei Fürth ist ganz viel passiert, sodass die nicht mehr die Mannschaft sind von der Hinrunde, als wir gegen die gespielt haben, wo auch das Spiel in eine andere Richtung hätte gehen können. Und Elversberg war ein bisschen unvermögen und unglücklich von Elversberg, dass die da nicht mehr aus den Möglichkeiten gemacht haben. Aber werden wir mit Sicherheit jetzt gleich dann. Genau, ich will es noch kurz nochmal aufrollen und dann das Thema Joe Ennox beenden. Aber ich habe mir viele Interviews angehört, ob es jetzt vom BR war oder von den Jahren eigenen Medien. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich meine, ich bin gerade im Moment, also es ist alles nur Spekulation, ich bin ein bisschen zu weit weg zur Zeit von der Mannschaft. Ich habe es auch nicht geschafft, zum Training und so zu gehen. War schon lange beim Turmpfunk nicht mehr dabei. Aber es hat sich so ein bisschen wie bei Christian Brandt angefühlt, wo die Hälfte der Mannschaft nibelungentreu war und die andere Hälfte der Mannschaft quasi gesehen hat oder für sich entschieden hat, mit dem funktioniert es nicht mehr. Es gab unterschiedlichste Aussagen eben von Spielern, die gesagt haben, es tut mir leid, dass es für ein Show so geendet ist. Und es gab aber so Aussagen wie zum Beispiel von Wurm oder Bulic, es hat wieder richtig Spaß gemacht in der Trainingswoche. Oder jetzt war der Kopf wieder frei oder solche Dinge. Und das glaube ich auch, dass er halt die Mannschaft nicht mehr komplett hinter sich stehen hatte, aber bestimmt ein Teil der Mannschaft noch komplett an ihn geglaubt hat. Aber er war halt dann nicht betragbar und dann, glaube ich, sogar die Leute, die dann pro Enox in der Mannschaft waren, haben halt dann gesehen, okay, ich habe kein Credit mehr. Und ich glaube nicht, ja, dass sie, wie du schon gesagt hast, brutal gegen ihn gespielt haben. Aber es hat halt Blockaden ausgelöst. Und jetzt der Turner, und das ist krass, was der Blockadenlöser dann war. Weil ich meine, wir hatten keine andere Aufstellung. Wir hatten zwar andere Spiele, aber nicht ein anderes System. Und auf einmal, ich habe hier diese Zahl. Wir laufen gegen Elversberg, gegen Fürth habe ich nicht nachgeschaut. 123 Kilometer sind auf Platz 1 vor Ulm. Und Karlsruhe hat 109 Kilometer gelaufen. Also knapp 13 Kilometer weniger als wir. Und die Spiele davor sind wir irgendwo immer auf Platz 14, 15, 16 rumgedümpelt. Ich habe quasi die halbe Jahre Gemeinde gegen unseren Fitnesstrainer aufgehetzt, weil es ja nicht sein kann, dass wir da unten drin stehen. Und vielleicht können die konditionell gar nicht mehr. Und dann laufen wir gegen Elversberg 123 Kilometer. Also offensichtlich ist der Fitnesstrainer nicht schuld, sondern es hat was anderes ausgelöst. Also entweder die Psyche oder die andere taktische Anweisung von Patz. Und ich habe gegen Fürth sehr, sehr genau aufgepasst. Wir haben ja zu dritt kommentiert, da hat man in der Zwischenzeit sehr viel Zeit. Und es ist Wahnsinn, wie viele Anweisungen sich die Abwehr gegeben hat. Das habe ich die Spiele davor überhaupt nicht gesehen. Also mich hat es satirisch aufgeregt. Ich habe mich ja da schon fast gestritten im Podcast, wer schuld war bei dem Gegentor Ballers oder Bräunig. Und die Frage stellte sich jetzt gar nicht mehr, weil die nämlich kommuniziert haben. Jeder war seinen Mann dran, jeder hat seine Lücke gehabt, jeder wusste, in welchem Raum er stehen musste. Da gab es keine Kommunikationsprobleme in der Abwehr. Und das kann doch nicht sein, dass das innerhalb von zwei Tagen passiert. Also das, es geht mir nicht ein. Das hätte doch früher auch schon passieren können. Genau, das ist ja auch der springende Punkt. Und nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass Kampf und Leidenschaft stimmen. Aber wir haben auch gegen Kräuter Fürth und gegen Alversberg, glaube ich, einen Torschuss zusammengebracht. Ja, aber so hat doch Joe Ennox zehn Spiele am Stück gewonnen. Wir haben doch ständig den Bus geparkt und dann noch irgendwo mit einer Supereffizienz ein, zwei Tore geschossen. Es hat halt jetzt mal mit Glück, es passt halt zu dieser Situation, dass der gegen Fürth dann so abgefälscht ist und reingeht. Und Julian Green am leeren Tor vorbeischießt in der 95. Minute. Ja, was sie übrigens nicht bei der Sportschein in Highlights gezeigt haben, was ich immer noch nicht verstehe. Also gut, Randnotiz. Und ich will noch eine andere Randnotiz geben. Also als ihr zu dritt kommentiert habt, dieses Fürth-Spiel, also da habe ich schon gedacht, Ei, ei, ei. Also das darf jetzt nicht in die Hose gehen. Die drei Krantzungen. Robert, der ist dann wieder mal beim persönlichen Gespräch, wenn das in die Hose geht. Also da habe ich wirklich kurz Angst gehabt. Das habe ich dann auch in der Gruppe kommuniziert. Ey, Leute, was macht ihr da eigentlich? Das kannst du doch nicht bringen, dass du dazugehst in so einem Spiel, um dann die drei größten Krantler eigentlich, die der Turmfunk aufzubieten hat, nebeneinander dieses Spiel moderieren. Also zu dritt auch noch. Absolut. Eigentlich eine Premiere. Es gab mal drei Ausgaben, aber da war halt dann ein Spieler der dritte. Ja. Aber sonst, ja, absolute Premiere. Wahnsinn. Hat aber auch Spaß gemacht. Und ich war mir ja sicher, dass wir gewinnen. Ich weiß nicht, warum. Aber ich war, so siegessicher war ich so irgendwie die letzten Monate noch nicht. Und ja. Und für mich war es halt dann so bezeichnet. Also ich habe ja damals gesagt, bei der Hertha-Niederlage, wenn du das noch unglücklich verlierst nach der Roten, dann bricht dich das. Vor allem, wenn du es dann im Spiel drauf, da wo wir ja gegen Fürth dann 4-0 verloren haben, nicht drehst. Und das Gleiche ist jetzt, glaube ich, ein psychologischer umgekehrter Effekt. Dadurch, dass du buddisch deine rote Karte noch zum Sieg gebracht hast, kann genau der unterschiedliche Turnaround sein, bloß positiv nach vorne. Und das hat sich jetzt gegen Elfersberg natürlich auch mit Glück, da muss man schon sagen, verfestigt. Aber Glück versetzt Berge. Nein, Glaube versetzt Berge. So was. Und ja, das ist jetzt auch, was dich jetzt vielleicht nicht durch die Saison, aber vielleicht durch die nächsten neblichen Wochen trägt, dass du ja auch mal dreckige Spiele gewinnen kannst und dass sich der Kampf auszahlt. Ich glaube, dass sich der Kampf auszahlt, ist ein sehr psychologisch wichtiger. Ja, definitiv. Die Parallelen sind halt so krass. Ja. Also, wir können nicht ein Spiel nur beleuchten, weil wir haben jetzt zwei rote Karten gekriegt. Können wir mal da drüber reden? Also, ja. Also, Kulic war die wichtigste rote Karte dieser Saison. Ja, aber eindeutig den Konter unterbunden. Aber lass es mal schief gehen. Also, ich habe den Spaß verstanden. Ja. Aber lass es mal schief gehen. Und gegen Elfersberg auch. Also, gut, Elfersberg war 94. Witzigste, wo er eigentlich eh schon fast abgeschiffen hat. Also. Ja, aber einfach unnötig. Unnötig. Ja, bei dir kaum. Also, wir holen uns ja wirklich unnötige Karten. Und sonst ist das, ich weiß nicht, das zweimal so unnötig passiert, wo ich mir denke, wo kommt das her? Na, Bullic ist halt einfach Adrenalin. Nach dem Tor, ja. Nach dem Tor, absolut Adrenalin. Er ist halt auch ein bisschen Kernassi. Ist halt einfach so. Und ich glaube, in seinem Kopf, ich kann mir richtig vorstellen, was vorging. Er so, ich grätsch den jetzt, also ich grätsch jetzt auf den Ball, block den Ball und feier dann mit der Hans-Jakob nochmal diese geile Defense-Aktion. Und ich glaube nicht, dass der den da die Beine brechen wollte. Ich glaube, er wollte einfach eine geile Grätsche setzen. Hat er aber. Ja, ja, genau. Ja, mei. Natürlich ist es völlig unnötig. Und du musst es deinen Jungs auch sagen, so kannst du nicht weiterspielen. Du musst schauen, dass der Wurm nicht sich immer nach einer gelben Karte die gelb-rote holt, weil das hat er ja auch in der U21 ständig gemacht. Das sind natürlich Lerneffekte. Ich hätte auch gerne ausgelernte Spieler. Wie oft haben wir uns immer Weckes aufgeregt, ja? Der hat es auch nie gelernt. Nie. Der hat immer nochmal hingemammelt, egal ob dann im nächsten Spiel Champions-League-Finale ist und der dann gelb gesperrt ist. Das war dem völlig wurscht. Manche Spieler kriegst du einfach nicht hin. Und bei Galien, sorry, der ist halt einfach zu langsam für zweite Liga. Der konnte nichts anders machen, als ihn hinten rein zu hakeln, weil er einfach zu langsam für dieses Liga ist. Ich verstehe auch nicht, warum man, und da habe ich gleich die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ist Udo Takpa? Warum muss ich in Galien einwechseln? Ich will einen anderen Namen in den Raum schmeißen. Wo ist derjenige, der uns letzte Saison fast im Alleingang in die zweite Liga geschossen hat? Ja stimmt, wo ist Kota? Warum? Da gibt es verschiedene Thesen, wo ich nicht weiß, ob es stimmt. Das ist jetzt reine Gerüchteküche. Ich war ja auch beim Fürth-Spiel, da bin ich ja im Block standen und ja, da war halt auch von Kumpel der Neffe dabei und der wollte wahrscheinlich vom Stadion noch ein Foto mit Kota machen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. War wohl spät dran und ist wohl nicht das erste Mal passiert. Aber es ist nur Gerüchteküche. Ich will mich da nicht drauf einlassen. Das hat ein 14-Jähriger jetzt erzählt, ob das stimmt. Um Gottes Willen. Aber es gibt keinen Grund, ihn eigentlich draußen zu lassen. In Nürnberg, ich finde, in Nürnberg hat er eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Hat den Ball erobert zum 1 zu 2, zu unserem ersten Tor nach, keine Ahnung, drei Monaten. Hat den Ball eigentlich gut erobert und er ist irgendwie doch noch der, ich sage, ich glaube, du hättest die Möglichkeit, mit Kota und Pröger da schon eine kleine Viertelzange dir aufzubauen. Ja, aber es gibt ja eigentlich keinen Grund, wenig Gründe, ihn draußen zu lassen, vor allem nach dem Trainerwechsel. Also da würde mich schon interessieren, was ist da vorgefallen oder nicht. Aber das ist übrigens ein sehr guter Ansatz von dir, dass man das Thema gleich eingangs erwähnt. Ich weiß es nicht, weil er bringt ja alles mit und er bringt ja auch Speed mit. Also ich bin voll auf eurer Seite, weil ich bin ja nicht der größte Hain-Fan und anstatt Pröger, Hain, Kota aufstellen wäre vielleicht auch eine Option. Aber leider, was heißt leider, aber Hain hat halt gegen Everspeck das Spiel seines Lebens gemacht. Damit hat er sich jetzt, glaube ich, erstmal in die Stammelf gespielt und dann war es wahrscheinlich eher so eine zweigeteilte Maßnahme. Ein bisschen disziplinarisch, weil Kota jetzt nicht der große Kämpfer ist. Also Hain steht zwar manchmal völlig bescheuert, aber er kämpft. Kota lässt oft den Kopf hängen. Vielleicht ist er auch ein bisschen psychisch angeschlagen. Weiß ich nicht, ja. Da hat man ja keinen Einblick. Und dann hat er sich halt vielleicht gedacht, ja, keine Ahnung, den Kopf hängenden Kota kann ich leider in so zwei Kampfspielen nicht gebrauchen und hat ihn dann nicht eingesetzt. Vor allem, weil wir haben halt jetzt eine Dreierkette. Bei einer Viererkette, weiß ich nicht, brauchst du ihn vielleicht wieder. Aber bei einer Dreierkette hat er sich halt jetzt für Hain entschieden. Lag Gold richtig damit. Da muss man zugeben, Hain hat, wie gesagt, das Spiel seines Lebens gemacht. Hat abseits vom Tor auch super sogar defensiv gearbeitet. Stand immer gut. Kann ich überhaupt nicht kritisieren gegen Everspeck. Da ist Kota jetzt halt einfach mal hinten runtergefallen und das passiert halt dann auch mal den Vereinslieblingsspieler oder der Spieler, der eigentlich im Verein der Beste ist. Passiert halt dann auch mal. Ist halt für mich der Einzige, der gegen Everspeck für Entlastung hätte sorgen können. Also es wird eine verrückte Ausgabe, weil wir die Spiele nicht einzeln beleuchten können, sondern dann immer wieder übergreifen müssen. Es ist bei Everspeck der Einzige, der für Entlastung hätte sorgen können. Bei Hain stimme ich dir zu. Der hat gegen Everspeck ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Gegen Fürth aus der Block-Perspektive, wo ich stand, dachte ich mir ab und zu mal, Alter, wo stehst du denn? Vor allem beim Einwurf von uns. Du versteckst dich hinter den Gegner. Wir haben keine Präsenz. Also da hast du schon gemerkt, dass noch nicht alles glatt lief. Aber gegen Elversberg auch die Flanke zum 1-0 vorbereitet. Endlich auch mal dahin gespielt, wo der Ball hinkommen muss. Und unsere Offensivleute sind endlich mal dahin gelaufen, wo man dann auch hinlaufen muss, wenn man ein Tor erzielen möchte. Nämlich genau in die Schnittstelle. War wirklich gut gemacht. Auch wenn 80% der anderen Flanken vielleicht nicht so toll waren. Aber dass es wichtig war, wenn du 1-0 gewinnst, wissen wir alle. Ja, klar. Am Ende hast du das eine Tor geschossen. Ich habe tatsächlich so ab und zu mal von ein paar Fans gehört, dass bei diesem 1-0 kam etwas Marco Grittner-Hauch wieder durchs Stadion. Sondern Marco Grittner hat sich auch so in den Ball. Der wollte dieses Ding unbedingt versenken. Und ich, Noah Garnas, am liebsten hätte er seinen Schuh ausgezogen und hätte ihn noch rangehalten, damit er erst recht reingeht, der Ball. Also das war dieser Einsatz, dieser unbedingte Wille von Noah Garnas, dieses Tor zu machen. Und das war, auch wenn es am Ende jetzt ein Angriff war, weil der goldene Angriff war. Diesen Willen brauchst du jetzt auch wieder, damit du halt sagst, der Stürmer, nee, dieses Ding geht jetzt rein. Eric Hottmann läuft in Nürnberg in den 16er und ballert das Ding unter die Latte, wo du denkst, naja, wenn er einen Falsch erwischt, dann kommt er am Gelände von Rocky Park wieder raus. Ich wollte auch über Hottmann, wollte ich tatsächlich sprechen, weil das ist mir vor allem gegen Fürth aufgefallen. Der Kerl will mehr. Und das sind so einfache Dinge, die wir auch spielen könnten. Der Kerl behauptet den Ball, der kommt an jedes Kopfballduell, der stört den Gegner, der presst, der hat ein effektives Pressing. Also der hat sich da richtig reingemausert und auch wenn das die Leute nicht sehen, er behauptet den Ball, er spielt einen intelligenten Ball und geht sofort in die Schnittstelle und versucht durch die Viererkette durchzubrechen, wenn er da einfach nur mal den Doppelpass bekommen würde. Aber der Kerl will halt einfach mehr. Und deswegen fand ich schade, dass er wegen Blessuren aus dem Fürth-Spiel gegen Alversberg nicht spielen konnte. Das beste Beispiel, glaube ich, wir beide haben es kommentiert, zu Hause gegen Kaiserslautern. Als er reinkam, ich habe gesagt, völlig anderes Spiel. Er bringt ein unfassbar wichtiges Element rein. Ich habe ja damals schon, wo ich das Unterhaken-Test-Spiel gesehen habe, gesagt, ja, der fehlt uns. Schade, dass es so lange gedauert hat, bis er wieder richtig da war. Ob es jetzt an Endoks liegt oder an seinem Körper, wir wissen es nicht. Ich hoffe, dass sein Körper durchhält, weil offensichtlich seine Spielweise Tribut zollt, weil sonst hätte er ja trotzdem wieder spielen können. Aber du hast recht gehabt, ja. Jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir eingefallen. Nach der roten Karte von Pulic hat er gleich zwei Zweikämpfe gewonnen und der Mannschaft signalisiert, wir fighten hier. Und solche Signale brauchst du auch von Leuten, die halt vorweg gehen. Der ist brutal wichtig und der will. Und ich freue mich, dass er zurück ist. Wobei ich sagen muss, die Blessur aus dem Fürth-Spiel, das war dieses eine Tackling, wo ihn der Gegner schon etwas fester erwischt hat, wo man von der Tribüne dachte, okay, der hält sich jetzt das Knie. Da hatte ich kurz Angst, aber zum Glück war es, weiter unten als das Knie. Und es könnte für mich ein brutal wichtiger Spieler werden, weil er dieses Talent hat, sofort, wenn er ein Pass spielt, intelligente Laufwege zu gehen, die zwar jetzt von dem Mitspieler noch nicht gespielt werden, diese einfachen Doppelpässe. Wir wären dann x-mal gegen Fürth durchgebrochen, hat er keiner mitgemacht. Aber der hat diese intelligente Spielweise, er kann die Bälle behaupten und er bringt dann auch in der Offensive, spielt er den Pass. Der Pass kommt an. Und das jetzt gegen Fürth und Elversberg noch nicht alles funktioniert hat, das haben wir auch gesehen. Und gegen Elversberg hast du gemerkt, er fehlt dir. Ja, definitiv. Ich sage, Fürth und Elversberg waren zwei mentale Spiele und zwei, sagen wir so, emotionale Spiele. Das heißt, Fürth, Andi Patz hatte jetzt 24 Stunden Zeit, dass du dir da keinen Wunderfußball und Traumfußball reinbringst, auch klar. Dann drei Tage später, wahrscheinlich noch einen Tag auskurieren nach Fürth. Zwei Tage später steht dann Elversberg da, ja, da kannst du auch. Also das beide waren für mich diese Mentalspiele, die wenn du jetzt gewinnst, auch mit 10% Ballbesitz. Die helfen dir, die hast du beide gewonnen und jetzt hat er eine Woche Zeit, da ein bisschen Spielphilosophie reinzubekommen. Und ich glaube, das macht er jetzt auch. Und mit der Hoffnung, dass Erik Gottmann am Sonntag gegen Schalke wieder da ist, ich glaube auch, dass wenn er sich nicht verletzt hätte, definitiv eine größere Rolle auch in einem direkten Wiederaufstieg gespielt hätte. Also jetzt leider natürlich eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat, da er lange verletzt war. Ja, war bitter damals, als endlich der Groten geplatzt ist nach guten Leistungen, dann die Verletzungen tag drauf im Training. Tut mir unendlich leid für den Kerl. Aber ich erwarte jetzt, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber ich erwarte jetzt auf Schalke, erwarte ich einfach nur Kampf, den müssen wir jetzt nicht weiterführen. Das ist das Einzige, was geht, weil da brennt ja auch der Baum und die haben die Woche drauf, Mitgliederversammlung. Das ist ja wirklich... Selbe Situation bei uns. Das ist... Da treffen zwei Teams aufeinander. Also ich will mich nicht wissen, was da passiert. Sollte der Jan dort was holen? Aber gehen wir systematisch durch. Robert, ich sehe, du hast da noch ein paar interessante Sachen aufgeschrieben. Ja, zum Schalke-Thema. Es gab ja auch viele Stimmen in den Foren, in Discord. Du, ich habe dir deinen Turmfunk ein bisschen angehört. Da hast du es auch immer die ganze Zeit gesagt. Ja, es ist halt überhaupt noch nicht Gold, was glänzt. Es ist noch viel Stückwerk. Wir haben es jetzt auch gesagt, da war auch viel Glück dabei. Aber ich glaube, wie Michi schon gesagt hat, du konntest nichts anderes machen, als jetzt erstmal auf Zerstörungsmodus gehen. Und ich gebe jetzt Patz auch nochmal die Chance, gegen Schalke einfach nur zu zerstören. Meinetwegen gewinnen wir das mit 7% Ballbesitz. Oder holen zumindest einen Punkt. Aber Schalke darf da nicht gewinnen, sonst ziehen die uns weg. Wir müssen die mit in dieses Elend reinziehen. Und dann nochmal lieber hinten mauern und hoffen, dass vorne einer reinfliegt. Und dann hat er die Länderspielpause Zeit. Oder jemand anders, wo ich dann zu einer meiner Fragen komme. Ja, brauchen wir einen neuen Trainer oder machen wir jetzt mit Patz weiter? Also, ich glaube, es ist jetzt schwierig, Fürth und Elversberg da etwas als Anschauungsmaterial zu nehmen. Ich sage aber klipp und klar, diese Spielweise gegen Elversberg, wenn sich da jetzt nichts ändern sollte, dann brauchst du was Neues. Weil das nach 15 Minuten kommt Bernie, stell deinen Bus hinten rein, passt, dann alles machen wir dann schon. Das ist einfach der falsche Weg. Und man hat es auch dementsprechend auch in den Kommentaren von den SV Elversberg-Fans gelesen. Von den dreien im Transfermarkt-Forum, ja. Ja, da muss man aber schon sagen, Elversberg für 13.000 Einwohner, beachtliche, ich glaube, 200 Gäste-Fans mitgereist. War in Ordnung. Ja, also, das muss man der Fairness halber sagen. Ja, in den Foren war nicht viel los, darauf wollte ich sagen. Aber ja, für mich ist die Frage, ist halt, du hast vorher die Situation angesprochen, in Nürnberg, dieses TV-Welt, wo Andy Patz da sitzt und einfach Joe eigentlich gar nicht mehr zuhört. Es ist die Frage, ob er selber von sich sagt, es war die falsche Methode von Joe oder es waren falsche taktische Anweisungen von Joe und er kann es jetzt dementsprechend umändern. Andererseits sage ich, okay, bringt es jetzt was, einen Co-Trainer jetzt da hinzustellen, der selber ein Jahr lang, eineinhalb Jahre lang da mitgemacht hat. Sind das dann die neuen Impulse, die man hat? Das ist jetzt, wenn sich spielerisch in dieser Mannschaft nichts entwickelt, musst du dir geben. Für mich kommen da mehrere Faktoren zusammen. Erstens, eigentlich hat er gar keine Zeit mit seinem Trainerlehrgang. Der ist jetzt vorbei. Am Dienstag vorbei, eine Abschlussprüfung gibt es noch. Okay, okay. Die würde mit Sicherheit auch bestehen wollen. Punkt Nummer zwei ist, dass, wenn du einmal im Spiel aufs Tor schießt, ja, wir klammern jetzt, führt und Elvers Berg mal aus, schön und gut, ist es halt schwierig. Ich habe so dieses Gefühl, und das sagst du oft, Robert, wir wissen nicht, wo der andere hinläuft. Und wir haben da kein System dahinter. Wir können keine Torchancen kreieren. Wir können ja auch einfachste Dinge, Umschaltmomente. Es bringt dir halt nichts, wenn du mit 8-0-2, äh, mit, 11-0-0-System spielst. Ja, dass du dann, wenn du mal den Ball klärst, dass da keiner im Mittelfeld steht und eine Umschaltsituation entstehen kann. Und dann haben wir dann auch noch, dann verstolpern wir auch noch die einfachsten Dinge. Also es gibt dann schon auch Kritik, wo berechtigte Leute, oder berechtigte Leute, berechtigte, berechtigte Kritik, wo Fans zu mir sagen, ey, was machen wir die ganze Woche im Training? Ihr spielt hauptberuflich Fußball. Stoppt den Ball an und spielt ihn weiter. Da ist mit Sicherheit auch ein Stück Nervosität mit drin. Und die Situation war nicht einfach, gegen Berlin hatten wir noch nicht so den Druck. Da haben wir für mich den schönsten Ball in der ganzen Saison gespielt. Hätten auch mega verdient gewonnen, hätten wir die Tore gemacht. Da haben wir die großen Probleme noch nicht erkannt. Aber die Laufwege, alles irgendwie, wir können uns jetzt meiner Meinung nach damit durchmogeln. Aber Schalke-Spiel wird dann, denke ich, zeigen, ob wir auch spielerisch eine Lösung nach vorne finden oder ob wir, weil die Qualität ist doch eigentlich da. Wir diskutieren immer über die Qualität. Für mich ist die Qualität da, weil es schon bewiesen wurde, dass sie das spielen können. Aber wo wir Pässe ins Nirvana spielen, der eine läuft links, der Ball kommt aber rechts. Ich weiß es nicht. Deswegen bin ich ja wenigstens froh, dass wir diese Mentalität jetzt gefunden haben. Das macht mich sehr stolz. Das ist ja das, was man als Jan-Fan sehen möchte, dass die Mannschaft fightet. Aber einen Steckpass oder einen Pass in die Tiefe aus dem Mittelfeld raus und der Laufweg von den Außenstürmern beziehungsweise von der Doppelspitze von außen nach innen durch die Viererkette durch. Sowas kannst du trainieren. Ja, und manche Sachen sind halt auch verschenkt. Von der rechten Seite kommt so gut wie nicht, obwohl Bröger, wir uns ja auch alle einig sind, dass er es kann, aber er startet halt aus der Tiefe, verliert oft den Ball und dann wird es gefährlich. Ich hätte ihn lieber weiter vorne ticken. Und es geht ja nur, wenn du einen Außenverteidiger hast, wo wir wieder mit dem sind, wie lange kann denn bitte schön eine muskuläre Verletzung bei Sala dauern? Was ist denn da schon wieder los? Und warum erzählt uns nie jemand, was los ist? Ganz kurz, bevor wir auf Sala eingehen, eine Sache zu Bröger und zu den Offensivspielern. Es ist schon hart, wenn wir das Mittelfeld immer mit hohen Bällen überspielen und du vorne keinen Pass in den Fuß bekommst, vor allem als Mittelstürmer oder als einzige Spitze, wo du in die Tiefe gehen kannst, wo du dann das 1 gegen 1 erzwingen kannst, das ist schon brutal hart. Da muss ich ein bisschen Kühlwetter und Co. alle in Schutz nehmen, weil du kriegst nur hohe Bälle. Dann sollst du gegen drei, vier Leute rumzaubern und ein Tor schießt. Und keiner rückt mit auf. Das ist halt brutal hart. Da tun mir die Stürmer die offensiven Leid. Und der Bröger, der holt sich ganz hinten die Bälle und sprintet dann mit Ball nach vorne. Dann geht die Konzentration vielleicht flöten, hat keine Anspielstation, verdattelt. Es ist echt nicht hart, wenn du mal nicht einen Doppelpass spielen kannst, dass du durchbrechen kannst. Und da tun mir die Offensivleute schon ein bisschen leid. Und ich finde es halt echt schwierig, dass wir im Mittelfeld da keine Ballkontrolle haben. Da nehme ich auch Geibl in die Pflicht. Was er eigentlich kann, wo er Routine bekommen hat, dass wir sagen, wir verteilen im Mittelfeld die Bälle schön auf die Außen. Wir bilden ein Dreieck, spielen Doppelpass, beziehen die Stürmer mit ein, die Stürmer lassen abprallen, man geht in die Tiefe. Das fehlt doch alles. Und dann kannst du ein Kühlwetter holen, da kannst du auch ein Ronaldo vorne hinstellen. Das bringt dir nichts. Es bringt dir nichts, wenn der nur einen hohen Ball gegen vier Leute kriegt ins Zentrum. Und genau das ist halt eines dieser Probleme, wo wir gerade haben. Trotzdem bin ich froh. Hey Mannschaft, geil, dass ihr wieder fightet. Hätte man auch eher machen können. Ihr fightet alles geil. Und mit Kampf kann man sich auch belohnen. Das haben die letzten zwei Ergebnisse bewiesen. Schalke wird richtig dreckig. Wir haben richtig Bock drauf. Aber der Fight ist wenigstens da. Aber der Rest muss jetzt peu a peu kommen, diese Selbstverständlichkeit. Und ich verlange kein Tiki-Tacke. Nee, sowieso nicht. Ich meine, dass du auch gegen Fürth da jetzt nicht ins offene Messer läufst und sagst, hey, jetzt haben wir gegen Nürnberg Acht bekommen. Ach komm, spielen wir einfach so weiter. Dass du auch gegen Elversberg versuchst. Irgendwie, weil jeder hat eigentlich gewusst in dieser Mannschaft, die drei Punkte, ich will dieses Wort Pflicht jetzt nicht in den Mund nehmen. Aber sie sind wichtig. Und dass du auch da jetzt nicht hinten komplett aufmachst und da komplett das Offensivfeuerwerk abfährst, war mir auch klar. Aber sich halt 90 Minuten oder so jetzt mal ab Minute 16 so zu verhalten, das wäre die Minute 89. Geht gegen Schalke schief. Geht gegen Schalke safe schief. Also wäre auch gegen eine andere Mannschaft als Elversberg schief gegangen. Das wird definitiv. Und wir kommen gleich auf Salah zu sprechen. Ich finde die Frage sehr interessant. Ich muss aber noch was sagen. Und das stelle ich jetzt mal eine Frage in den Raum, weil ich sehr viel beobachtet habe. Hat vielleicht in der einen oder anderen Situation Geppert sehr viel Unruhe reingebracht? Weil Bälle in die Mitte boxen, die man meiner Meinung nach auch mal pflücken kann, wenn es gut läuft. Wir haben an Geppert dem Aufstieg zu verdanken, um Gottes Willen. Aber ich muss auch fragen, ist es sinnvoll, einen Ball ins Aus zu schlagen, einen ruhenden Ball und sofort auf die eigenen Mitspieler einzuschimpfen. Und da gibt es viele, viele, viele Situationen. Ist er zu motiviert? Hat er zu viel Temperament? Bringt er da vielleicht? Oder hat er in der Vergangenheit dadurch Unruhe in die Abwehr reingebracht, weil er vielleicht mehr geschimpft hat, als dirigiert hat? Was er ja alles kann. Wir haben an Geppert sehr viel zu verdanken. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Er hat auch sehr gut pariert gegen Elversberg. Da war er auch viel stabiler als gegen Fürth. Und Nürnberg will ich jetzt mal ausklammern. Also da brauchen wir nicht reden. Also ganz ehrlich. Und dann ist für mich auch die interessante Frage, sollte ein neuer Trainer kommen? Und ganz sorry, lieber Robert, dann komm mal auf Salah zu sprechen. Brauchst du es nicht jedes Mal erwähnen jetzt? Könnte man, könnte man, könnte man da vielleicht mit Polersberg mal schauen, wie geht das mit dem neuen Trainer weiter? Ich weiß es nicht. Aber ist vielleicht diese Nummer 1 unangefochten? Oder gibt es vielleicht auch mal die Option zu sagen, der neue Trainer, dem gefällt vielleicht. Sollte er kommen, ein anderes Spielsystem besser und Polersberg passt vielleicht besser. Weil nicht alles war überzeugend. Und diese Aggression, was mit Sicherheit aus der Motivation rauskommt von Geppert, der hat sehr hohe Ambitionen, was man so hört. Der hat auch dieses Talent dazu. Aber hat das vielleicht auch Unruhe reingebracht? Ja, also es fällt ja. Also es ist ja auch gegen Nürnberg gefühlt bei jedem Tor. Teilweise überstürzt jetzt gesagt auch bei den Gegentoren, wo er selber schuld war. Das Erste, was er macht, stürmt zehn Meter raus. Jetzt reist doch zusammen. Was soll das? Und ich denke, schau halt erst mal du auf dein Zeug, dass du es richtig magst. Klar, du bist ein guter Kipper. Das wissen wir alle. Und du hast, wie du schon gesagt hast, Matze, er hat ein großer Teil dazu beigetragen, dass er wieder aufgestiegen ist. Aber die ganze Zeit dann fünf, sechs Meter rauszusprinten und über den ganzen Platz zu brüllen, wo du konzentrierst dich auf dein eigenes Zeug und dirigierst deine Abwehr und motiviert euch. Aber teilweise, also der braucht mir nicht erzählen, braucht mir keiner erzählen, dass das Motivationsworte sind, die er da sagt. Teilweise grundlos. Teilweise grundlos. Wo der Ball ins Ausrollen, wo er dann auf die Spieler einschimpft. Und ist mir gegen Elversberg auch aufgefallen. Da war er aber auch der Alte. Da hat er Leistung gebracht. Hat auch Bälle nicht sinnlos in die Mitte geboxt, was sich in der F-Jugend... Dafür hat er, was mir aufgefallen ist und mich geärgert hat, als wir geführt haben schon, immer wieder die Abstöße nach vorne zu irgendwem gebolzt und die sind immer wieder zurückgekommen. Anstatt, dass wir dann... Man muss nicht immer von hinten den Spielaufbau machen, aber so einen Mittelweg und nicht das Ding immer nach vorne bolzen und dann kommt das Postwenden zurück. Ja. Habe mich schon ein bisschen auch aufgeregt. Oder ins Aus. Also gegen Fürth. Ich habe gegen Fürth und gegen Elversberg. Nach dem Nürnberg-Spiel habe ich wirklich mir zur Aufgabe gemacht. Es hat mich interessiert. Ich beobachte ein bisschen mehr den Gebhard. Ich greide ihm da nichts Böswilliges an, aber teilweise bei banalen Situationen wird der Vordermann angeschrien und mit den Armen wird wild gefuchtelt. Und so ungefähr. Ich kann nichts dafür, dass es jetzt so läuft. Aber nein. Du bist auch Teil einer Mannschaft und gegen Nürnberg sehr wohl auch mit Schuld an dem Ergebnis. Und in anderen Spielen auch. Es ist alles ein Team und wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Ich habe bloß die Frage in den Raum gestellt, weil ich ihn sehr wertschätze als Rückhalt. Er ist sehr motiviert. Er kann mit Sicherheit die Leute pushen, aber mich hat es bloß interessiert, kehrt vielleicht dann Ruhe ein. Ich weiß es nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich persönlich würde dieses Fass nicht aufmachen. Ich verstehe den Gedanken. Und wenn jemand das Fass aufmachen kann, dann natürlich ein neuer Trainer. Ich denke, wenn Patz bleibt, wird er nicht Gebhardt anzünden. Ein neuer Trainer könnte das halbwegs glaubhaft machen, ohne dass dann Chaos ins Team kommt. Die Frage ist halt, wie gut ist Apollosbeck? Ich meine, der Kerl hat mal das Torwartspiel revolutioniert, ist dann blöden Transferentscheidungen untergegangen und gegen Unteraching hat er nichts zu halten gehabt und hat ein Tor verschuldet, weil er auch im Spielaufbau beschissen war. Weiß ich nicht. Ja, ich kann es nicht einschätzen. Ich sehe nicht im Training. Er hat vielleicht so durch seine Lebenserfahrung vielleicht ein bisschen mehr mentale Stabilität in dem Abstiegskampf. Weil man muss ja sagen, auch wenn Gebhardt aussieht wie 45, der ist halt erst noch Anfang 20. Und Abstiegskampf ist absolut belastend. Vor allem, wenn du, wie du sagst, in meinem Kopf immer noch ist, ich bin aber der künftige Nationalspieler so ungefähr. Ich darf mir keine Fehler erlauben und wegen meiner Abwehr kriege ich die ganze Zeit solche unhaltbaren Bälle. Und ja, und dann kommst du in so ein Gedankenkarussell. Und das ist nicht gut für einen Abstiegskampf. Vielleicht fängt er sich jetzt wieder eben zweimal zu Null. Aber genau das ist das, was ich meine. Verstehst du? Genau das ist das, was ich meine. Aber Polisbeck, ganz ehrlich, der hat beim HSV so einen anderen Druck. Den hat er zum größten Teil standgehalten. Da hat er auch seine... Bitte? Außer Gegenwart. Richtig. Deswegen. Das war ja auch die Anspielung. Und der stand da aber auch zu Recht als Nummer eins drin. Und wie gesagt, es ist alles nicht böse gemeint, aber ich habe Gebhardt in Erinnerung in der dritten Liga, der einen Abschlag oder einen weiteren Pass in den Fuß von seinem Mitspieler gebracht hat. Und jetzt sehe ich halt, wo die Bälle hinlanden und wie er schimpft. Und dieses ständige Schimpfen, ich meine, klar, man muss auch auf die menschliche Ebene eingehen. Der ist dann nicht mehr nominiert worden für die Nationalmannschaft, also für die U-Nationalmannschaft. Das war mit Sicherheit ein Rückschlag. Und da waren mit Sicherheit auch die Ergebnisse von seinem Verein mit Schuld. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube, für uns alle ist halt einfach so enorm wichtig, um zu alter Stärke wieder zu finden, dass ein Gebhardt auch wieder Ruhe reinbringt. Junge, du kannst es. Wir haben dir die dritte Liga, die zweite Liga zu verdanken. Mega viele Paraden. Und er hat auch gegen Elversberg. Da waren ein paar Szenen dabei. Da hat er wirklich gut pariert. Da war er der Alte. Plus diese ständige Schimpfen. Es hat ja nichts mehr mit Wachrütteln zu tun, sondern dieses ständige Schimpfen hat mich ein bisschen gestört. Und ich habe das auch während der Moderation bei der Live-Übertragung, habe ich da auch kein Blatt vor den Mund genommen, und weil es wirklich teilweise banale Situationen waren, wo ich mir denke, warum flippst du jetzt aus? Warum gehst du jetzt auf Bräunig los? Warum gehst du jetzt hier auf Bullich los? Was ist jetzt der Grund? Ja, wir haben es, glaube ich, jetzt verstanden. Aber der Bullich macht es eben in anderer Weise positiv besser. Also selbst bei Fehlern geht er dann auf die Leute zu und ist wie so der Papa für Wurm und Bräunig, obwohl Bullich jetzt auch nicht viel, viel älter ist. Mitte 20 oder so. Also der ist da, glaube ich, hinten sehr wichtig. Aber wahrscheinlich aber auch ein Grund, warum wir offensiv nicht zustande kommen, weil wir jetzt in die tiefe in 190er Jahre die Trickkiste gegriffen haben und uns einen guten Lieberroder reingestellt haben. Und deswegen eben die Außen unterbesetzt sind. In der Mitte fehlt einer. Dann opfern wir anscheinend auch noch einen für den zweiten Stürmer. Hut hat zwar gekämpft, aber keine Akzente setzen können. Vielleicht müssen wir es irgendwann mal ein 3-3-1-2-1 oder so spielen und um Cota wieder einzubauen. Also weil, wie du schon sagst, so ein bisschen Entlastung täte uns, glaube ich, schon gut, weil gegen Elbersberg hast du es relativ lange weg verteidigt, aber dann hast du die letzten 10-15 Minuten schon gemerkt, jetzt schwimmen weil wir können einfach nicht mehr. Und das hattest du gegen Fürth war es besser. Eben auch, weil Hottmann und lange drin war und Ganaus dann frisch reingekommen ist. Da sind wir oft mal trotzdem zur Eckwane noch gekommen und haben halt 40, 50, 60 Sekunden Entlastung geschaffen. Das war gegen Elbersberg dann nicht mehr. Da war es dann haarscharf 10 Minuten länger oder 5 Minuten länger und die hätten dieses Tor irgendwann geschossen. Und deswegen denke ich auch nicht, dass Cota abgeschrieben ist. Hat halt gerade nicht reingepasst und gegen Elbersberg hätte ich ihn jetzt auch nicht gegen Heim gewechselt, aber vielleicht gegen Hut. Viele haben auch geschrieben, das ist mir aber nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, du hast kommentiert, ob es dir aufgefallen ist, dass Bittroff, die Einwechslung Bittroff eigentlich so ein bisschen Unsicherheit reingebracht hat. Finde ich ein bisschen schwierig, weil du mit den Wechseln auch das System komplett umgestellt hast. Du hast ja dann auf die Offensive komplett verzichtet. Also finde ich ein bisschen schwierig, dass da Unsicherheit reinkam. Ich glaube, Bittroff hat dieses Talent dann trotzdem auch noch, die Ruhe bewahren zu können in solchen Situationen mit seiner Erfahrung. Aber die Situation war einfach, dass du einfach nur defensiv gewechselt hast, um gar keine Entlastung mehr zu haben. Und die Offensive, ich mache gerade Anführungszeichen, kann keiner sehen. Entlastung hat sich zwar sehr spät rot geholt, aber nie ins Spiel reingefunden. Nee. Ja, ja. Ich persönlich habe mich immer gefragt, wo ist ein 22-Tore-Stürmer aus der Regionalliga? Er muss ja aus irgendwelchen Gründen, muss er ja die über 20 Tore geschossen haben in der Regionalliga. Er hat gefühlt die zweite Mannschaft vom VfB alleine in die dritte Liga geschossen. Und dann kommt er in die zweite Liga und sitzt teilweise nicht mal im Caller. Und spielt Bayernliga. Und schießt da keine Tore. Und schießt da auch keine Tore. Ja. Ja, verstehe ich alles. Aber da muss ich wieder einlenken. Und dann drehen wir uns im Kreis, weil wir alles schon besprochen haben. Ich erwähne es versprochen nur noch das letzte Mal. Aber wenn du als Offensive in einer Situation, wo du nur defensiv drinstehst und du kriegst keinen Ball in den Fuß und kannst dich offensiv nicht einbringen, weil es gar nicht zu Offensiv-Aktionen kommt, dann muss man auch sagen, okay, das Spiel war jetzt wirklich ein schlechter Zeitpunkt. Ja, da war aber eher das Problem von Patz, dass er einen langsamen Spieler wie Gaggen bringt und eben nicht jemanden wie Kota zum Beispiel. Ja, deswegen haben wir uns gefragt, warum Kota nicht? Oder Udo Takba. Ich verstehe auch immer noch nicht. Es kann doch nicht sein, dass der Kerl hat sich immer reingeschmissen, wenn er reingekommen ist. Dann holt er sich eine saudumme rote Karte ab, was ja jetzt nicht unwahrscheinlich in unserem Team ist. Und ist dann von der Bildfläche verschwunden. Was ist da los? Und keiner erklärt es und so keiner fragt nach. Er hat mit dieser Rotwelle angefangen. Aber wir sehen ja auch, dass andere dem nachkommen. Keine Ahnung, was da los ist. Passt da nicht rein, aber ich habe diesen Kampf gegen Bochum im Pokal, das war ja brutal. Gegen Hertha war er dann zu übermotiviert. Er ist noch ein sehr junger Kerl. Aber den Kerl möchte ich nicht verteidigen. Um Gottes Willen, als als wenn ich Verteidiger wäre, ich würde nicht verteidigen wollen. Ich würde sagen, um Gottes Willen, bitte nicht der, weil im Pressing nimmt der mich mit. Ich habe keine Sekunde Ruhe, wenn ich den Ball habe, wenn der vorne drin ist. Das finde ich auch ein bisschen schade. Aber zeigt aber auch vielleicht, dass wir wirklich unser System noch nicht gefunden haben und die Optionen, die wir vielleicht hätten, dass wir die richtigen Wechsel machen, die dann vielleicht für Entlastung sorgen. Fakt ist, Schalke, wie gegen Elfersberg spielen, habe ich echt keinen Bock drauf. Weil bei Schalke geht es um viel. Ich sage trotzdem, Schalke, musst du erst mal so auf dein Niveau runterziehen und dann mal schauen. Also ich glaube nicht, dass wir eine große Spielrevolution sehen bis Schalke. Und ich glaube, es kann noch einmal gut gehen. Aber in der Länderspielpause muss sich Patz was einfallen lassen oder, die Frage haben wir nicht abschließend geklärt, der neue Trainer. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht einschätzen, ob er Patz weiter machen kann. Aber als er gekommen ist, habe ich gesagt, eigentlich ist er kein Co-Trainer. Also von der Vita her, von den Ambitionen her, ist es eigentlich ein Trainer. Aber ich verstehe die Argumentation auch. Mir hat er eineinhalb Jahre neben Anox gehockt und offensichtlich nicht seine Akzente mitsetzen können. Es ist brutal schwer. Ja, Hurra-Fußball war es auch nicht, auch wenn wir erstmal Sicherheit reinbringen wollten. Aber ich erwarte mir einen Torschuss mehr. Oder irgendwie eine Befreiung, dass dann mal eine Flanke mehr kommt, die ankommt. Vielleicht, dass wir nur am Pfosten schießen und sagen, wir hätten auch 2-0 gewinnen können. Aber das ist ja nicht passiert. Für mich ist die Grundlage auch dieser Frage, wer würde aktuell zur Verfügung stehen. Ich habe mal so ein bisschen die These in den, oder dieses Prinzip, was wahrscheinlich in einem Spiel wie Profifußball nicht funktioniert, dass du dir einen herholst. Ich wirfe jetzt mal Tobi Schweinsteiger. Muss jetzt nicht sein, nur als Beispiel. Einfach, dass ich den Namen habe. So. Tobi Schweinsteiger ist zurzeit jetzt arbeitslos, ist Experte bei der Zone in der Champions League. So. Jetzt wirst du dir an und sagst, Tobi, pass auf, hättest du Bock? Es gehen ja Gerüchte rum, dass er eine zugesagte Stelle als Co-Trainer des FC Bayern hatte und damit einen Arbeits- und damit einen Trainerjob in der 2. Liga abgesagt hat. Deswegen. Und dann kam Vincent Kompagnin und hat gesagt, nö, ich habe meine Co-Trainer, ich brauche dich nicht. Und dann hat er aber da schon abgesagt und deswegen ist er jetzt frei. Also er hätte wohl ein Jobangebot aus der 2. Liga gehabt, hat es aber wegen der eigentlich versprochenen Stelle bei den Bayern abgesagt. Das heißt, der Kerl hat eigentlich Bock auf 2. Liga. Ist jetzt die Frage, dass du ihn dir herholst und sagst, Tobi, pass auf, wir probieren das jetzt mit Patz. Du bist auf jeden Fall ab der Winterpause da. Du bist ab der Winterpause Trainer des Jahres. Du bist aber jetzt zur Verfügung und wenn wir merken, in den nächsten Wochen ändert sich nichts, dann bist du sofort da. Ja, oder, aber was machst du dann mit Patz? Also wenn Patz jetzt vier Spiele gewinnt bis zur Winterpause, kannst du doch nicht den Trainer wechseln. Geile These vor allem, weil die Gerüchte rumgingen, dass es auch ein altbekannter wird. Kölner, meinst du? Also es wird ein altbekannter wird zum Trainer. Kölner hat, glaube ich, die Gerüchte einfach selber gestreut. Weil er im Stadion sie ausschaut. Ja, und weil er, er hat, also mir sind diese Gerüchte aus vier oder fünf unterschiedlichen Kanälen so getragen worden. Und ich glaube, er hat es einfach jedem erzählen, der es hören wollte. Aber du kannst doch nicht, sollte es mit Patz funktionieren, kannst du dann noch den Trainer wechseln. Also es wird eine Entscheidung getroffen werden müssen und ich sage mal so, Schalke-Spiel, dann kommt die Pause, dann kommt die Länderspielpause oder liege ich da falsch? Ja, doch, da kommt die Länderspielpause. Und dann wird auch meiner Meinung nach, dass der Trainer zwei Wochen Zeit hat oder eineinhalb Wochen, wird auch der neue Trainer präsentiert werden müssen. Anders geht es nicht. Außer wir spielen jetzt gegen Schalke Hurra-Fußball und ins Tiki-Taka und alles ist souverän. Genau, ich glaube, es wird ein neuer Trainer kommen. So sehr ich Patz schätze, wir sind sehr dankbar, weil du kannst doch nicht jetzt noch weitermachen. Okay, wenn es jetzt nicht besser wird, dann zur Winterpause. Wir brauchen jetzt schon einen Punkteschnitt von 1,5 Punkten pro Spiel, damit wir die 40-Punkte-Marke knacken. Auch wenn vielleicht dieses Jahr 36 Punkte reichen werden. Aber das ist ein Brett. Ja, aber du sagst es ja so, als würde es jetzt so passieren, weil das ist ja vielleicht dein Wunsch, aber die Realität ist, dass Bayer Lorz auch gerne ein bisschen mitspricht, glaube ich. Und das sich auch so ein bisschen rumgesprochen hat bei den Trainern. Die sind ja nicht blöd. Und also da fallen solche Platzhirsche wie Zorniger und so schon weg. Ich glaube nicht, dass Zorniger sagt, ich habe mich doch nicht zum Jahn und lasse mich dann die ganze Zeit von der Seite reingquatschen. Ist die Frage, ob ich einen Trainer hole, der zwei Wochen zuvor in der zweiten Liga rausgeschmissen wurde? Nein, nein, aber deswegen sage ich ja nur von dem Charakter her. Ein Kölner würde ich mir da auch nicht vorstellen können. Der wird ja sofort zwei Wochen später sich mit dem Bayer Lorz überwerfen und das weiß Bayer Lorz ja auch. Also da muss jemand sein, dem Bayer Lorz zu tausend Prozent vertraut, weil er noch war jemand. Patz ist vielleicht auch so jemand. Also ich bin mir nicht sicher, dass wir nach Schalke einen neuen Trainer sehen. Wir haben, also ich persönlich denke mir, okay, anders kann es nicht funktionieren. Das ist jetzt eine Übergangslösung, die funktioniert hat. Aber du brauchst wirklich mehr Systemen. Klar ist es nicht fair zu sagen, Patz hatte definitiv keine Zeit, aber er hatte trotzdem dann zwei Wochen oder eineinhalb Wochen Zeit, zumindest für Elversberg Lösungen zu finden, dass wir Torchancen generieren. Nee, das waren keine eineinhalb Wochen. Dann war es eine Woche. Ja, aber du hattest Mittwoch des Elvers... Nach der Entlassung. Nach der Entlassung. Du hattest die Entlassung, dann hattest du ein Training, dann war... Stimmt. Genau, das war eine englische Woche. Es gab auch die Situation, wo dann ein Christian Keller sich von der Bank verabschiedet hat und gesagt hat, ich gehe jetzt hoch. Also weiß ich nicht, was da jetzt passiert. Ich würde jetzt nicht behaupten, beziehungsweise ich erlaube mir das nicht jetzt zu behaupten, dass da jetzt bei Lorz enormen Einfluss hat auf den Trainer. Ich glaube, und so schätze ich Joe Enoch schon ein, dass der schon sein eigenes Ding hatte, aber die Vorstellungen einfach voneinander nicht mehr gematcht haben, was gegenseitig erwartet wird, was dann Unruhe reingebracht hat und vielleicht dann zu den Ergebnissen. Ich finde, ich weiß es. Ich sage Trainer, also mein abschließendes Statement zur Trainerfrage, wenn wir erfolgreich sind und sich das System ändert, die Art, wie wir Fußball spielen und Andy Patz es schafft, da einen ansehnlichen Fußball hineinzubringen, dann bitte soll er bleiben. Ist die günstigste Lösung? Das sagen wir immer wieder. Nee, dann klar hat er es sich ausverdient, weil ich habe ein bisschen Angst, wenn ein neuer Trainer kommt, der dann seine Co-Trainer mitbringt, dass Andy Patz schneller weg ist, wie wir sehen können, weil er dann sagt, okay, den brauche ich nicht, den Patz, geh wieder. Wenn ich aber jetzt noch zwei Spiele habe, wo ich mich 90 Minuten hineinstelle und sage, nee, wir parken jetzt den Bus und hauen alles nur nach vorne und irgendwie ein Angriff glücklicherweise so schlecht verteidigt wird von den Gegnern, dass wir dann ein Tor schießen, dann muss ich sagen, dann brauchen wir den neuen Impuls. Das ist ja auch das, was fehlt. Uns fehlt ja trotzdem noch dieses Selbstvertrauen, hey, wir können umschalten und wir können vorne irgendwie was ändern. Also dieses, wir spielen auch mal wieder nach vorne, was wir unter Enox ja dann nicht mehr getan haben, spätestens nach dem 8 zu 3, beziehungsweise auch schon davor in den Spielen, da ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt da vorne einen neuen Spirit haben und plötzlich Torchancen kreieren. Also du musst ja auch beachten, wie die Chancen zustande gekommen sind. Also gegen Fürth war es abgefälscht. Das war halt mal ein Ball aus dem Halbfeld, der dann bei Bulic irgendwie gelandet ist und der zieht ab. Standard war es. Ja. Und gegen Elversberg war mir das, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber irgendwie... Traumsolo von Hain, reingeflankt, Tor, was willst du? Das ist doch dein spielerisches Element, was du möchtest. Ja, genau. Aber das ist ja auch nicht durch einen Doppelpass zustande gekommen, dass man sagt, okay, ich umspiele jetzt eine Linie mit einem Doppelpass und Hain bricht durch die Außen durch, sondern dann hat Elversberg geschlafen und er konnte über die Außen durchziehen und uns konnte dann die Flanke bringen. Hat so eine Nanzig-Flanke, die ausnahmsweise mal reingekommen ist. Ja, genau das ärgert mich halt, weil das war ja auch kein spielerisches Element. Nein, natürlich nicht, aber keine Ahnung, das denke ich mir auch, was habt ihr denn erwartet? Also ich meine, wir nach einem 8-3 allerletzter abgeschlagen, wir sind der schlechteste Verein, wir sind Tasmania-Regensburg und auf einmal sollen die da spielerische Elemente einbringen. Deswegen zum abschließenden Fazit, nach Schalke sind wir schlauer und über Salah haben wir immer noch nicht geredet, obwohl du mir es versprochen hast. Ja, ja, Martin, du hast vorher über Systemen gesprochen. Robert, frage ich an dich, ist Salah derjenige aktuell, wenn der wieder fit ist, spielen wir wieder Viererkette? Wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, ja. Aber er muss halt richtig fit sein, du musst ihm vertrauen müssen, dass er mindestens 70 Minuten spielen kann und offensichtlich, also gegen Schalke wird es nicht so sein, vielleicht nach der Länderspielpause und einer muss irgendwann mal jemanden im Verein fragen, ob er vielleicht nicht schon Fußkrebs hat oder sowas. Mein letzter Kenntnisstand war ja vor 20, 37 Wochen circa muskuläre Probleme. Ja, ja. Das hat man auch gesagt und jetzt fehlt er dann wieder 16 Wochen oder so. Also Kommunikation, ich weiß nicht, wollen wir dadurch nicht ausrechenbar sein, dass der Gegend denkt, oh, könnte Salah spielen? Den schieben wir dann in so eine Kiste, wie bei dem Überraschungsauftritt von Eminem bei Ed Sheeran auf das Stadion, damit keiner weiß, dass Salah heute fit ist. Ja, aber du, Robert, du und Salah, ihr habt eine Special-Verbindung, kann man ja schon so sagen. Ja, ich frage immer beim Scharfkopf, was jetzt los ist. Ja, aber du merkst halt trotzdem, wenn er fehlt. Er ist halt immer dieser Kerl zwischen Genie und Wahnsinn. Ich bleibe bei meiner Meinung. In einem Moment Genie, in einem anderen Moment Wahnsinn, aber du merkst, dass dieser Kerl fehlt. Nein, nein, es ist ja nicht nur Salah, der fehlt, sondern uns fehlen Außenverteidiger. Wir haben keine in diesem Kala mehr. Prötzlich nimmst du mir Salah vor, die. Ja, zur Not frisst der Teufel fliegen, oder wie war das Sprichwort? Also, wie gesagt, ich finde, er hat mehr gute als schlechte Spiele gemacht. Ja, ich meine, wir brauchen ja bloß noch vier, fünf Champions-League-Spiele von Salah und dann vielleicht reichen ja auch 30 Punkte. Musst du ja bloß gegen die richtigen Gegner noch gewinnen. Und wo wir jetzt beim Thema sind, eigentlich hast du jetzt so ein Programm, wo du Punkte hamstern könntest, von den Namen her, auch wenn Schalke natürlich jetzt das vermessen ist. Aber ich meine, Schalke ist halt wirklich auch am Boden. Da kann man was holen. Dann kommt Magdeburg zu uns. Magdeburg natürlich ein mittlerweile etablierter Zweitligist leider, obwohl die mal lange Zeit eher strukturell unter uns waren. Und Braunschweig hat auch die Seuche am Fuß. Also eigentlich musst du da jetzt den Grundstieg, den Grundstein für den Nicht-Abstieg legen. Sonst wird es wieder ein sehr, sehr langer Winter. Ja. Ich sag sechs bis sieben Punkte. Also am besten, wenn sieben Punkte aus diesen drei Spielen, dann bist du wieder voll im Mittelfeld mit dabei. Dann hast du 14 Punkte nach 14 Spielen. Das heißt, du wirst am Ende um die 34 bis 36 Punkte haben. Ob die dann reichen, ist die andere Frage. Aber wenn du jetzt mit sieben Punkten aus diesen drei Spielen rausgehst, dann bist du meiner Meinung nach voll dabei. Na ja, dann bist du ultra im Soll. Sieben Punkte ist ein bisschen zu viel in meinen Augen. Ich sag jetzt mal so, wenn ich moderiert habe in dieser Saison, hat der Jan zumindest nicht verloren. Deswegen tippe ich, dass wir auf Schalke mindestens einen Punkt holen und dieses Momentum und dieses Momentum, was Schalke nicht hat, irgendwie nutzen können. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde dieses Spiel moderieren und ich freue mich sehr, endlich in Gelsenkirchen auf Schalke mal im Stadion zu sein, auf Presseplätzen. Und ich bin da wirklich mega motiviert. Ich kann es euch gar nicht sagen. Dann gegen Magdeburg sehe ich es ein bisschen schwierig aktuell. Ich finde Magdeburg spielerisch wirklich sehr, sehr stark. Ich habe die beobachtet und ist natürlich auch nicht alles perfekt, aber die haben Qualitäten, die uns immer Schwierigkeiten bereitet haben, auch in der Vergangenheit. Und dann muss dieser dreckige Sieg gegen Braunschweig her. Und damit wäre ich schon zufrieden. Vier Punkte aus den nächsten drei Spielen. Ja, vier Punkte hört sich wahrscheinlich realistischer an. Ich glaube drei und hoffe fünf. Ich glaube ein und ich hoffe neun. Aber wir werden auf Schalke nicht verlieren, weil ich moderiere. Das ist mein drittes Spiel in der Saison und ja, ich habe jetzt verloren. Und der Michi steht auch mit 35 Promille im Gästeblock. Ja, wir fahren Samstag tatsächlich eh schon. Wir machen uns schon Samstag auf dem Weg nach in den Ruhrpott und werden dann Sonntag gemütlich in den Gästenblock. Und geht es davon noch in so eine Asi-Disco? Bermuda-Dreieck. Hätte ich voll Bock drauf, aber Medienteam hat sich anderweitig entschieden. Ja, er geht noch zur Weinprobe davor. Nee, nee, nee. Wir sind in einer anderen Stadt am Vortag und man dann 40 Minuten Köln gegenführt. Niemand will in Schalke wohnen. Das hatten ja schon die Engländer in der Europameisterschaft gemerkt, dass auf Schalke jetzt der Hund eher begraben liegt. Ich habe lange genug Zeit auf der Fahrt dorthin, unseren Pressesprecher zu fragen, ob es wirklich daran liegt. Ich habe gehört, der Pott hat schon ein paar Kneipenstraßen zu bieten, vor allem Gelsenkirchen. Oder ob es, sage ich mal, an der alten Heimat liegt. Ja, weil du meinst, man die halbe Jahrgeschäftsstelle jetzt in Köln arbeitet. Nicht in Köln arbeitet, aber zumindest in Köln studiert hat. Nee, du hast ja Till Müller jetzt dort, du hast den Fabi dort. Ja, klar. Du hast den Christian Keller dort. Ja, schon. Aber unser Pressesprecher, glaube ich, Köln studiert, hat da Verbindungen. Sporthochschule Köln hat die halbste Geschäftsstelle. Und ich glaube, das bietet sich an, dass wir da in der Nähe einkehren. So, dann haben wir, glaube ich, alles besprochen, sogar in Sala. Deswegen danke für die illustre Runde. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns auf der... Gott, ich bin immer noch kein Mitglied, was ich zu meiner Schande gestehe. Vielleicht sehen wir uns auf der Mitgliedsversammlung, wenn ich nicht... 2026. Gott sei Dank hast du kein Stimmrecht. 2026, wenn ich dann zur Vorsitzenden kandidiere. Aber ich wollte sagen, hoffentlich sehen wir uns dann nächste Woche mit drei Punkten wieder. Aber nochmal der Aufruf an alle Fans. Kommt zur Mitgliedsversammlung. Wir haben alle die Stimme. Und werdet noch schnell Mitglied, wenn ihr es nicht seid. Genau. Und fahrt auf Schalke. Ja, also macht den Block voll. Was soll anderes. Da geht schon was. Ja, weil nächstes Jahr sind die in der dritten Liga. Da habt ihr vielleicht die Chance nicht mehr. Eben, einmal Geistenkirchen. Oder doch erst recht nochmal. Also, wird geil und machen wir den Block voll. Yes. Und zu guter Letzt noch ein Unterstützer-Dank. Danke, Johannes, für deine Fotos. Und auch für deine zuletzt finanzielle Unterstützung. Folgt ihm auf Instagram. Jo Gatzka ist immer wieder bei uns verlinkt. Und auf 1889fm auch in der Seitenleist zu finden, der Link. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich letztes Mal Heiko schon gedankt habe. Deswegen danke ich dir nochmal, Heiko. Ansonsten sind keine Spenden, außer natürlich Dauerspenden, eingegangen. Deswegen möchte ich mal auf Steady nochmal hinweisen. Und da ist die Lisa neu hinzugekommen. Jetzt hat man ja eigentlich Wochen, Monate lang nur Mitgliederverlust auf Steady. Manche sind aber auch zur Banküberweisung übergeschwappt. Also, es ist jetzt kein Art Zeichen davon, dass die Leute weniger 1889fm unterstützen. Sondern bis jetzt gab es halt bloß keinen Zuwachs bei Steady mehr. Aber die Lisa ist neu dabei. Herzlich willkommen, Lisa. Und da ist mir aufgefallen und es ist krass. Es sind schon einige Leute auf Steady zwei Jahre dabei. Deswegen für euch nochmal ein expliziter Dank. Aber dass ich das schon seit zwei Jahren halbprofessionell aufgezogen habe, es ist unfassbar krass. Also, die Jahre verfliegen, ich kann es gar nicht glauben. Ihr vielleicht auch nicht. Ich hoffe, ich wecke euch jetzt nicht und ihr kündigt das Abo, weil ihr euch denkt, stimmt, zwei Jahre zahle ich dem Depp mir schon was. Also, vielen Dank an Michael K., Philipp, Michael H., jemand mit einer Palme und Schildkröte als Namen, den Vololo, den Martin, den Patrick, den Daniel und den Gunther. Der Lukas ist im Januar mit seinem Zweijährigen dran. Und ich weiß nicht, ob ich im Januar wieder dran denke. Deswegen jetzt schon mal danke an euch für zwei Jahre treue Unterstützung auf Steady. und alle, die gerne mit dabei sein wollen, 1889FM zu unterstützen. Den Link findet ihr auf der Homepage im Menü unter Unterstützen. Da könnt ihr dann über Paypal, Banküberweisung oder eben eine Steady-Mitgliedschaft abschließen. Würde mich sehr freuen. Danke nochmal an alle. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.